Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Der MDAX und der SDAX haben gestern neue Rekordhochs markiert. Dafür hat es beim DAX nicht ganz gereicht. Trotzdem ging er mit einem Zugewinn von knapp 0,8 Prozent aus dem Handel. Damit nähert er sich auch wieder der 14.000-Punkte-Marke an. Der Schlusskurs gestern lag bei 13.921 Zählern. Damit blicken wir nach Frankfurt zu meiner Kollegin Franziska Schimke. Ja, Franzi, gestern wurde in den USA der neue Präsident Joe Biden vereidigt. Wie haben denn die Märkte darauf reagiert? Sehr positiv haben die Märkte auf diesen Machtwechsel in den USA reagiert. Es gab schon einiges an Vorschusslorbeeren. Und das heißt jetzt, die Versprechen sollten jetzt natürlich auch in die Tat umgesetzt werden. Und Joe Biden, er will einiges für die Wirtschaft tun und somit dann eben auch der Dow Jones mit neuen Bestmarken unterwegs. 0,8 Prozent ging es am Ende nach oben. Nasdaq sogar mit über zwei Prozent im positiven Bereich. Und positive Vorzeichen, die sehen wir dann auch heute an den asiatischen Märkten. Der Nikkei hat sich mit einem Plus ebenfalls von 0,8 Prozent in den Feierabend verabschiedet. Ja, der Hang Seng nahezu unbewegt dafür, aber der Shanghai Composite mit über einem Prozent im positiven. Und der DAX, er wird sich aufmachen heute weiter Richtung 14.000 Punkte Marke. Wir gehen also davon aus, dass wir freundlicher in den Handel starten und im Handelsverlauf natürlich dann die EZB-Sitzung im Visier der Investoren. Und da werden wir genau drauf gucken. Vielen Dank, Franzi. Ja, soweit also der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zur Marktidee. Die ist heute der TechDAX. Der TechDAX hatte im Februar 2020 einen 19-Jahres-Hoch markiert. Im Anschluss schickte der dynamische Corona-Ausverkauf den Technologie-Intex hinunter bis auf ein Dreijahres-Tief. Dadurch wurde auch der langfristige Aufwärtstrend gebrochen. Auf den Kurseinbruch folgte eine schwungvolle Rallye und danach eine Seitwärtskorrektur. Der seit November laufende Kursschub führte dann zu einer erneuten Machtübernahme der Bullen in allen relevanten Zeitebenen. In einer ausführlichen Chartanalyse erfahren Sie potenzielle Kursziele des TechDAX. Die Analyse gibt es wie gewohnt unter www.ideas-daily.de. Und das war die aktuelle Ausgabe von adias-daily-TV. Vielen Dank für Interesse und bis morgen.